Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Iranische Revolutionsgarden kapern Frachter im Golf von Oman. Übernahme auf hoher See. Iranische Revolutionsgarden entern Handelsschiff im Golf von Oman. Dem Iran wird vorgeworfen, ein Handelsschiff im Golf von Oman gekapert und dessen Crew festgenommen zu haben. Dies ist die jüngste in einer Reihe von Aktionen, die international zu Besorgnis und zu erhöhten Spannungen in der Region führen. Die Revolutionsgarden, eine Eliteeinheit des iranischen Militärs, sollen das Schiff am frühen Morgen des 12. April übernommen haben. Nach Berichten verschiedener Nachrichtenagenturen, einschließlich Reuters und The Associated Press, bestand die Crew des Schiffes aus mehreren Nationalitäten, deren Identitäten und genaues Schicksal zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. Der Iran hat bisher noch keine öffentliche Stellungnahme zur Beschlagnahme des Schiffes abgegeben. Das Handelsschiff befand sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls auf internationalen Gewässern. Es ist bisher nicht bekannt, welche Art von Gütern das Schiff führt. Die Aktion erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen zwischen den USA und dem Iran bereits hoch sind. In den letzten Monaten haben beide Seiten Vorwürfe erhoben und wiederholt ihre militärische Präsenz in der Region erhöht. Experten äußern Bedenken, dass dieser Vorfall den Druck auf die bereits angespannte politische Situation weiter erhöhen könnte. Sie weisen darauf hin, dass solche Aktionen das Potenzial haben, bereits existierende Konflikte zu verschärfen und zu eskalieren. Einige Länder, darunter auch die USA, warnten ihre Bürger bereits vor Reisen in die Region und suchen nach Möglichkeiten, die Sicherheit im Golf von Oman und in anderen Teilen des Nahen Ostens zu erhöhen. Laut einem Bericht der New York Times plant das US-Militär, zusätzliche Streitkräfte in die Region zu entsenden, um auf jede potenzielle iranische Bedrohung zu reagieren. Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt unsicher, wie die internationale Gemeinschaft auf diesen jüngsten Vorfall reagieren wird und wie sich die Spannungen zwischen dem Iran und anderen Ländern weiterentwickeln werden. Was jedoch sicher ist, ist die Notwendigkeit einer erhöhten Wachsamkeit und eines ständigen Dialogs, um die instabile Situation in der Region zu stabilisieren und eine Eskalation zu verhindern. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.